Na alle zusammen, hier ist wieder euer Chela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um einen Toy, das wir von einem Händler bekommen können. Und zwar befinden wir uns einmal hier in Reventress auf den Koordinaten 61, 63. Hier sind wir im Gasthaus bei der Herrin Miaela und diese verkauft uns bei einer Ruhstufe von Wohlwollen beim Hof der Ernte einmal das Spielzeug. sind wir T-Service und das wollen wir uns einmal kaufen. Kostet 1080 Gold, wenn ihr so wie ich schon ehrfürchtig seid, wird halt pro Ruhstufe ein bisschen günstiger. Übrigens, das kann man auch anscheinend im Auktionshaus weiterverkaufen. Also wenn Leute dumm genug sind, das zu kaufen, könnt ihr da noch ein bisschen Profit machen. Wir wollen uns jetzt aber anschauen, was das T-Service so kann. Und ich würde sagen, wir lernen das mal. Und dann stellen wir das T-Service einmal auf. Uh, ein ganzer Tisch ist das. Dann können wir uns, ah, auch ranhocken. Ich vermute mal, Gruppenmitglieder können sich dann auch noch mit ans T-Service hocken. Ja, sieht recht hochwertig aus. Ich glaube, das kenne ich schon von der T-World-Quest, die hier in Reventress, ich glaube hier unten ist sie irgendwo. Da steht das auch so ähnlich auf dem Tisch. Zumindest meine ich, dass es so ein ähnliches Model hat, das Ganze. Sieht ganz cool aus. Wieder ein kleines Toll mehr. Das soll, glaube ich, so ein kleiner Tisch sein. Ich weiß aber nicht, ob die Beine nicht hier so ein bisschen im Boden verschwinden. Jetzt schauen wir nochmal, was es für eine Abklingzeit hat. Oh, eine Stunde Abklingzeit ist doch relativ tough an der Angelegenheit. Okay, gut, wie kommen wir zu dem wohlwollenden Ruf? Am besten macht ihr erstmal die ganzen Side-Quests, die ihr hier in Reventress habt. Und dann könnt ihr World-Quests abschließen, beziehungsweise der beste Weg, um mal ein Ruf hier zu kommen, sind die abgesandten Quests, die ihr einmal pro Tag aus eurer Paktzentrale bekommt. Und da gibt es dann zwischen 1500 und 2000 Ruf, je nachdem, ob es eine normale oder eine Elite-Quest ist. Das war es soweit mit dem kleinen Toll-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv gewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.